ein ort der todesfeuer heißt was verkaufst du die ladung meines schiffes waren von todesfeuer einige persönliche schmuck gegenstelle alles von allerfalls der qualität normalerweise würde ich sie nicht verkaufen aber ich brauche das geld um nach hause zurück zu kehren dann zeigt mir deine waren natürlich ja das hier sind jetzt gegenstände teilweise die defyre spezifisch sind so wie zum beispiel von wadus donnerbüchse eine ziemlich gute donnerbüchse eigentlich oder eine aber lässt eine ziemlich gute das ist sogar die seelengebundene waffe mit seelenbindung ja habe ich noch nicht so viel herumexperimentiert muss ich sagen da kommen wir irgendwann dazu so wie auch die keule des mattaura das sind einhändige keule uniform eines bootsmanns uniform eines matosener steuermanns das sind verschiedene kleidungsstücke gürtel des königlichen kanoniers ist auch seelengebundene gewehrtalent heils sporn und die kapitätsmütze der gesellschaft entschlossenheit gewandtheit das ist eine ziemlich gute mütze eigentlich ja gut aber wir können uns von dem zeug nichts leisten wir können ihn aber mal im hinterkopf behalten viel eher möchte ich mal hierhin im hinterkopf strudeln fischstücke und seegrasklumpen die aufgrund der hitze hellgrün sind der eintopf schmeckt angenehm salzig ja klar wir probieren das zeug auch noch hallo ranga und tada rechts gut du stehst einer turmhohen amaurer frau gegen amaurer frau gegenüber ihrer haut hat die warmen goldbraune färbung eines ausgehenden sonnenuntergangs nur an hals und hinten finden sich fischweiße flecken jewelliges rotbraunes haar wurde in engen zöpfen um einen streifen nackter haut geflochten der der rundung ihres kopfes folgt und fällt ihr über ihre breiten schultern hinab sie betrachtet dich ruhig und ist um sich gar nicht überraschlich hier in ihrem lager am rad des wassers zu finden bist du wegen arzneien und kunsthandwerk gekommen oder möchtest du mit mir am feuer sitzen sie sollte auf die großen kessel in der nähe erstmal wer bist du ich heiße ranga ich habe eine zeit lang im goldtag gelebt und dort als heilerin und hebamme gearbeitet vielleicht hast du diesen ort ja schon mal besucht wenn ja dann wirst du wohl verstehen warum ich in den süden gezogen bin ranga richtig kichert und von was bist du ranga und von was bist du ranga nui cousin von was und von was bist du ranga nui cousin warum segelst du dich nach norn und schließt dich unsere hautei an hast du dir da diesen akzent angeeignet in solana ranga grins behalte deine hautei lieber wäre ich könig dieser kleinen insel hm mehr wie eine kleine halbinsel würde ich sagen ja die philosophieren darüber ja ich glaube ranga nui war irgendein äh könig die bezeichnung für herrscher bei denen am mauer in rao tai deswegen hat er das wahrscheinlich angesprochen also ich kann es nochmal ach so kann ich nicht ja in jedem fall ist es hier an der küste wo ich wasser hören kann viel gemütlicher und von zeit zu zeit bekomme ich immer noch besucher vielleicht kann ich dir ja etwas helfen was macht denn der zaurib da wer tanner er hilft mir bei seinem von zutaten behält dem kessel im auge so sachen halt er hat mir hier ziemlich viel geholfen der zaurib lässt ein rasendes schnalzen los und fletscht die zähne was deiner ansicht nach einer freundlichen gesichts ein freundlicher gesichtsausdruck sein soll zeig mir mal was du zu verkaufen hast gewiss sieh dich um also sie verkauft hauptsächlich tränke eintopf und riesen schwamm also auch blaskon das ist alles so mehr oder weniger drogen zeug so dann fragen wir sie jetzt mal ranga grüßt sich mit stolischem nicken brauchst du etwas aufra hat mich hierher geschickt sie sagt du wirst in seinem weg um sicher zu gehen dass ihr kind kein holgebot wird ah noch mehr vom fürst redrix verängstigt das scha sie liegt langsam mir nicht vor dir den ganzen weg her zu kommen die arme aufra muss ja völlig neben sich sein sicherlich hat sie dir etwas als bezahlung mitgegeben egal wie viel es ist behalte es münzen kann ich nicht gebrauchen stattdessen muss etwas anderes für mich tun ranga deutet jetzt an das innere in nordosten gibt es einen xaurib stamm der von einem ihrer priester angeführt wird vor langer zeit haben sie tada ausgestoßen und ihre speer liegen bis heute auf der lauer um seinem leben ein ende zu setzen der xaurib stößt eine herabhängende stößt mit herabhängendem kopf ein rasselndes krächzen aus eines tages werde ich vorräte holen gehen müssen und meine gehilfe bei meiner rückkehr erschlagen vorfinden wie soll ich da noch irgendjemandem helfen sie schüttelt den kopf wenn du diese plage für mich beseitigst werde ich alles in meiner macht stehende für aufra tun und für dich wird auch was dabei sein ja ich komme in ordnung ich komme wieder wenn der tank fertig ist kann ich dir nicht einfach ein paar kupferpant geben wenn der tank fertig ist gut gut ich glaube so sie zu finden wird dir nicht schwerfallen sie lächelt und zeigt ihre spitzen zähne viel glück ich bin hier ja gut der kompass ist ja zum glück auch nicht ganz so groß dass wir uns große sorgen machen müssen wir haben auf jeden fall mit uns und alof noch genug ähm zauber übrig um uns gegen die paar zaugrips gut zu verteidigen schleichen wir hier erst einmal gucken was wir hier drin finden in dem schädel seithaus von varnus reißen während ich in gold war war traf ich eine hilfreiche frau aus dem türwald während man es auch mal als in diesem schämigen dorf war sie eine unverzichtbare führerin und sie erklärte sich sogar gereiht mir einen teil des weges nach anglos kompass zu begleiten wir trennten uns in der als markans gabelung bekannten wildnis aber ich gab ihr mein amulett damit sie mich in gute erinnerung behalten möge vielleicht werde ich hier eines tages doch in diese lande zurückkehren jo da ist ein saurib der hier patrouilliert der war zurück kein so großes problem so von varnus brief mir kann es sein dass eine derart große reise wie die meine hier her führt die bevölkerung des dürrweils nennt diese erbärmliche lagune sehenswert aber mir ist hier nur unglück widerfahren die höhen am wasser wollte ich erkunden aber ich fand mir heraus dass dort sporlinge leben den gerümmten kompass ging ich mir ansehen stolperte über ein stück treibholz und verlor an den großteil meiner briefe letztendlich machte ich mich auf die drachenschild in der nähe zu inspizieren was passierte ein paar kleine derrische sauribs bedrohten mich soweit ich wieder zum atmen gekommen bin werde ich nach goldteil zurückkehren zumindest scheint mir die sauribs nicht gefolgt zu sein ja doch sind sie wohl so eine gute am ballist und hier am kompass gibt es halt ghoul ein einzelner ghoul ist nicht so schwierig für uns zum glück aber mehrere können zum problem werden wie jetzt zum beispiel die greifen zurück ich habe gerade er wie an hier noch was einstecken kann wobei der da scheint du ins anzugreifen um ihn auch noch zu vergiften ja er ist der der nicht mehr so gut aussieht dieser volkspaar steht in mitten eines gezackten steinringes und wirft je nach stadt der sollen lange schatten über den sand ein schöner anblick auch wenn wir nur jetzt ach wenn wir nur mit zeit am meer verbringen könnten ja so trank der flinken füße ist was für kanner silberlusken hatten wir bereits mal gucken ob wir hier im sand was vergraben finden ja so alof mach dein ding ja gift macht halt rein schaden das heißt die schadensreduktion wirkt dagegen nicht ach ne das ist geschwächt okay ich bin hier ich bin hier nicht ein sound so sonst ist hier nichts seite als von vanus reisen als ich in westlicher richtung nach goldteil reiste traf ich einen anderen Reisenden von beträchtlicher Intelligenz mit dem ich ein angenehmes gespräch führte damals kam heraus dass der arme kerl die scheußlichsten Stiefel trug die man sich vorstellen kann ich gab ihm meinen Ersatz Stiefel damit er valianische Handwerkskunst besser zu würdigen lernt mögen sie ihm gute Dienste leisten denn er sagte er beabsichtigte die als schwarz und bekannte Verhältnis zu durchqueren das kann ich mir nicht als friedlichen Ort vorstellen ich bin hier ich bin hier ja Fulvado der muss echt teilweise ein bisschen weltfremd gewesen sein so ein Möchtegern der meinte er könnte einfach auf Reisen gehen aber das klappte dann wohl nicht sehr gut so so Zauwebs hm nach dem Schabbat sollten wir schnell weg machen deswegen habe ich auch was Böses auf ihn gezaubert dass er schnell stirbt so damit wären die Xauribs schon mal weg ich werde sehen was ich finden kann was sagt das Lagerfeuer auf den Kohlen liegen Muschelschalen und Krabbenpanzer herum oh die haben gut gegessen wieder ein Angstexorzismus eine Regenerationstrang und ein paar andere Sachen was macht flinke Füße Bewegungsgeschwindigkeit hm naja das kannst du ruhig behalten so und damit haben wir das erledigt können die jetzt zur Ranga zurückkehren ja ich denke die Höhle werden wir in der nächsten Aufnahme Session machen müssen wir haben nicht mehr lang zum Level ab die meisten hängen jetzt hier etwas hinterher find's lustig dass Anlauf mehr hinterher hängt als Edna und Duwens gut ist es vollbracht bin ich das endlose gekriegte der Xauribs endlich los krechts nein Tana deins macht mir gar nichts aus ja sie sind alle tot gut ihre schwächlichen Versuche uns zu überraschen gingen wir wirklich auf die Nerven hier für dich sie gibt dir drei Fläschchen für deinen Mühen und jetzt können wir meinen Teil des Geschäfts in die Wege leiten ich werde mit der Zuberechnung übrigens zu Beginn aber dazu brauche ich noch eine Zutat einige Spuren von den Kreaturen in der Höhle dort sie deutet auf einen Ort gleich nördlich ihres kurzen Strandabschnitts Sporlegende nennt man sie sie stellen ein recht gutes Material da und ich brauche einen für die Mixtur wenn ihnen noch andere in die Hände fallen umso besser ja wir könnten jetzt hier drüber diskutieren aber wir machen das einfach für Aufra ich geh sie suchen gut ich werde dir den Rest vorbereiten wenn du weg bist nach deiner Rückkehr sollte die Fertigstellung nicht mehr lange dauern mhm gut wir haben Tränke gekriegt einen für dich einen für dich und das ist ein Statustrank minus 4 Dauer von aktiven abträglichen Effekten minus 20 Dauer abträglicher Effekte für 30 Sekunden ja das ist manchmal ziemlich praktisch wenn man wirklich gegen Gegner kämpft die viel debuffen also gerade gegen Untote wäre das nicht schlecht zu benutzen habe ich gelernt gut jetzt aber speichern das wäre LP 004 dann LP 004 speichern und dann sehen wir uns gleich wieder